Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Und damit helfen kann ich wieder ein Thema bauen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir dieses sehr nice Projekt angefangen und sind immer noch auf der Suche nach dem einen Typen. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Okay, gehen wir durch den Tunnel. Joe, hilf mir mal damit. Ziehen wir mal das Regal weg und gehen durch den Tunnel. Yo, nicer Geheimgang. Seid vorsichtig da draussen. Gehen wir mal runter. Es werde Licht. Oh, es ist finster hier drin. Ah, jetzt nicht mehr. Oh Gott, das ist schlimm. Wir sollten darauf achten, was sie wegwerfen. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Oh, Waffen. Sehr nice. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, wir müssen gut zielen. Aber das kann ich ja gut. Zeig mal, du Wurfe. Helfen wir dir hoch? Ich habe nur fünf Schuss. Okay, das wird kritisch. Ja, Mann. Da los. Da, 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 ojo. Oh. Hier, du wirst. Okay. ich liebe halt einfach so apokalyptische szenerien es sieht halt schon nice aus ich war lange nicht draußen ich bin halt sehr romantisch du hast deine vorzüge der gerade gemeint ist ein tiefes loch sieht schon nice aus wo ist die leiter sie muss ja irgendwo sein da liegt sie die leiter rüber für da hoch in das gebäude rein vielleicht sind wir die mal lady du musst mich wohl verwechseln alles ist relativ ok dunkel unsere waffen noch hat um seinetwillen hoffe ich wenn wir unsere waren erst haben werden wir sie auch schnell los warte sporen mit der kann man die tasche lamper machen okay dann kriechen wir hier durch liegt ja der grund wir müssen wirklich wachsam bleiben auch gut dem geht es nicht mehr so gut alles ok ja die verdammte decke kommt runter pass auf ok ich habe es mir nicht so brutal vorgestellte so gut ok das game ist doch ein bisschen härter als gedacht aber was will man machen ich bin nicht Okay, um sie zu packen. Okay, die fressen hier glaube ich gerade einen. Kommen wir hier über den Weg und den ungesehen vorbei. So wie es aussieht. Uh, wir sind an innen vorbei. Wir sind vorbei. Gehen wir weiter. Okay, für was kann man hier... Was kann man hier rein? Die fressen ihn, die fressen ihn dort drüben immer noch. Da geht's hoch. Jetzt müssen wir hier durch. Da geht's weiter, genau. Wir sind auch noch rein. Das ist ein Problem. Ist hier was drin? So wie es aussieht nicht. Oh. Ah, Snacks. Aber wir haben... Ich hab schon hier noch. Aber hier ist sonst nix. Okay, dann gehen wir hier raus. Raus hier, raus hier. Oh, falsche Taste. Die hier wollte ich retten. Dann können wir aufhören zu dopen. Ach, frische Luft. Dafür lohnt es sich nach draußen zu gehen. Machen wir mal Geheimgang auf. Und dann mal rein. Sicher den Eingang. Geht klar. Ich plattern hier hoch. Aber er spielt schon sehr, sehr nice. Verdammt. Das Brett ist weg. Ah, wie kommen wir rüber? Klickt da unten. Muss wohl höchstwahrscheinlich das Brett holen, so wie es aussieht. Was machst du so nett, bitte? Ich hole es. Hier, reiches rüber. Dann geben wir hier das Brett hoch. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Okay, so das Brett, dann gehen wir natürlich hier durch. Und dann hier wieder hoch. Und dann hier wieder hoch. Ah, der wäre für das Balancieren. Okay. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. So, dann hier weiter. Wird auf jeden Fall noch sehr spannend. Mach zu. Ich nehme dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Ah, Munition. Zähne ich, zähne ich. Mach dann mal die Tür auf. Jemand die Tür auf. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Okay. Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Ah, nimm ein Tür. Was geht's? Na komm. Hey, Tess, hey, Tess. Hey süße Lady, wie geht's sie denn? Nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 nein. Ist gut, ich hab dich hatte da. Nicht jetzt, verstanden? Okay. Okay. Seht doch nicht gleich so Rundes worden. Ah, jetzt sind wir wieder eigentlich so gesehen in der Zone, so wie es alles sieht. Anfassen heisst kaufen. Pass, ist lange her. Du kommst da noch mehr vorbei. Okay, ne? Schlägerein. Na, wo willst du denn hin? Malik, setz dich hin. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Haha, okay, dann wird einfach Stress. Wer ist das? Alter Bekanter, frag nicht. Okay. Schauen wir mal. Das ist selbstverständlich dadurch. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Ah, der Typ hat ja Robert geheißen. Hab's komplett vergessen. Es wird, glaub ich, hier hoch, oder nicht? Ne, dann hat's wahrscheinlich hier durch. Los geht's. Rügeln? Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Mischstück. Ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiße. In Deckung! Bereit? Ja. Ich werde euch helfen! Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Geh nicht direkt auf den Gegnern zu. Nutz deinen Unke und dich ihnen von der Seite zu nähern. Wow, okay, das Ziel muss ich noch lernen. Dummes Kerl! Ne, ich hab ihn nur an der Schulter getroffen. Verdammt. Erwischt. Die Mission mitgenommen. Kurz nachladen. Doch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Da kommen wir nicht durch. Hier ist eine Hülle über die Wand. Mist. Hier geht's nicht durch. Okay, gut. So, dann hoch. Hinterher. Müssen Robert holen. Ich frage mich immer noch, wie sie es schafft, ihn hochzuziehen, weil er ist deutlich schwerer höchstwahrscheinlich als sie. Aber keine Ahnung. Gut, hochziehen ist einfacher als hochstoßen. So gesehen. Oh. Mehr von Roberts Leuten. Tja, ich seh sie. Woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell und leise, Cowboy. Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Weiter. Weiter. Okay, okay. Dann schleichen wir uns dem Typen da mal an. Was ich sagen wollte. Ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr fünf Zivilisten. Alle gefesselt. Ich krieg nicht eine Position für das. Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, peng, peng. Haben alle in der Ruhe. Scheiße. Also, das wurde in der ganzen Stadt. Ah, okay. Mein Cousin ist bei denen. Ah, da kann man dann die Tutorials nochmal nachsehen. Okay. Okay. Dann eben irgendwo verstecken. Die Lebensstrategien. Einfach immer wieder verstecken. Und so. Versteckspiel. Genau. Dass du dich einfach mit den Gegenden bewegst. Bewegst. Der Idiot denkt, er kann die Welt retten. Ach, ich hoffe er lebt. Kann ich den da drüber ziehen? Nee, natürlich nicht. Kann ich die beiden mal wegziehen. Oh, hat er ein Messer fallen gelassen? Nee, ein Schlüssel. Schauen wir uns um. Okay. Okay. Was gibt es denn hier noch schönes? Munition. Jetzt genommen. Dann laden wir kurz nach. Nice. Volles Rechtsschuss. Perfekt. Oh, hier liegt noch was. Ah, Medizin. Das nächste, dass wir Medizin so gesehen. Ja. Das ist sehr gut. Zu wissen. Äh, hier liegt noch einmal. Gehen wir weiter. Hey. Wir haben die Kisten in Südlager gebracht. Und alles. Du hast eine andere Überlegungsstrategie. Gut. Wenn wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sparstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegst du heute unter? Okay, da könnte ich eigentlich die Flasche jemandem an den Kopf werfen. Aber ich hätte gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Last of Us wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schau gerne meinen anderen Projekten vorbei in Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom oder in Roblox Doors und hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Ihr seid doch stühlad하고, bis zum nächsten Mal. Puh, mit mir schauen == Untertitelung des ZDF, 2020